Untertitelung des ZDF, 2020 wurde in Las Vegas der Secret Garden zum ersten Mal für Besucher geöffnet. Hier leben nun die seltenen und exotischen Tiere der beiden Künstler. Durch diese Anlage soll auch das Interesse für die vom Aussterben bedrohten Tiere geweckt werden. Im Secret Garden sind sechs der seltensten Tierarten zu bewundern, wozu auch die weißen Löwen und die weißen Tiger gehören. Seit mehr als 15 Jahren haben die Künstler mit der Siegfried & Roy Teer Stiftung die Erhaltung des weißen Tigers gefördert. Inzwischen umfasst das Programm mehr als 30 weiße Tiger. Schon zu Anfang ihrer Karriere war den beiden bewusst, dass ein erfolgreicher Magier nicht nur Talent und Ehrgeiz haben muss, sondern auch ein unverwechselbares Markenzeichen braucht. Und das haben sie mit einem weltweit anerkannten Zuchtprogramm. Doch die Tiere sind für die beiden Künstler mehr als nur Teil eines Zuchtprogramms oder gar Show-Dekoration. Wir haben sehr viele Freunde, aber was ich sage, die richtigen Freunde sind eigentlich tatsächlich unsere Tiere. Und zwar die Tiere, die nähen uns genauso, wie wir sind. Wir haben uns nicht gern, weil wir sie erreicht haben. Und die wollen nicht nur um uns sein, weil wir etwas sind oder was man... Sondern die nehmen uns genauso, wer wir sind. Und aus diesem Grunde engagieren sie sich auch für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Spielt das mit eine Rolle? Ja, absolut. Die Natur hat uns so viel gegeben. Und uns als Illusionisten und Magiere so inspiriert. Ich meine, es ist ja alles in der Natur da, die ganzen Naturelemente vom Feuer und Wasser, von Erdbecks, von Regen und Sonder. Es ist ja alles dort. Man tut sich eine Lebensaufgabe. In den jungen Jahren denkt man eben an den Erfolg und dass man das erreicht und so und so. Oder wenn die Eltern gesagt haben, pass mal auf, du musst das Geld zur Seite legen, damit du in den alten Tagen was hast. Das haben wir alles erreicht. Doch der Anfang war schwer. Roy, hier als Zweijähriger, litt unter seinem alkoholkranken Stiefvater. So baute er eine enge Freundschaft zu seiner Wolfsündin Hexe auf, die ihm auch einmal das Leben rettete. Ein ähnliches Schicksal hatte auch Siegfried. Auch sein Vater war alkoholkrank und er und seine Geschwister vermissten die elterliche Liebe. Roy verließ mit 13 Jahren seine Heimat und wurde Page, dann Stuart auf einem Schiff des norddeutschen Lloyd. Und auf dieses Schiff schmuggelte er auch den Leoparden Chico, sein erstes exotisches Tier. Auf hoher See kreuzten sich dann die Wege von Siegfried, der Stuart war und gleichzeitig die Passagiere mit seinen Zaubertricks begeisterte, und Roy. Die Folge, ihre erste Tierillusion, dazu noch auf einem Schiff. Siegfried Fischbacher wurde am 13. Juni 1939 im bayerischen Rosenheim geboren. Nach der Volksschule erlernte er die Teppichweberei. Doch bereits als Zwölfjähriger begann Siegfried Zauberkunststücke vorzuführen, auch um Anerkennung zu finden. Was halten Sie davon, dass so ein Rosenheimer Junge aus so einem kleinen Ort so ein Weltstarf? Finde ich klasse. Ja? Finde ich klasse. Ich weiß selber, wie schwer das ist, aus Rosenheim rauszukommen. Ich kenne Siegfried schon von seiner Jugendzeit her. Hab deshalb auch die ganze Entwicklung von ihm verfolgt. Und man kann eigentlich nur zusammenfassen, super und spitze. Ich finde diese Geschicklichkeit dieser Männer fantastisch und wie die aufeinander eingespielt sind. Und vor allen Dingen dieser Kontakt mit den Tieren, die bewundere ich sehr. Schon als Junge schickte Siegfried seine Fantasie auf Reisen. So schlich er nachts in den Theatersaal des Rosenheimer Kolpinghauses, schaltete die Scheinwerfer an und träumte von seinem Publikum und seinem Beifall. Wenn man sich vorstellt, er hat sich das vorgenommen und hat das Ziel, das er erreichen wollte, erreicht. Schon von Kind auf hat er gesagt, er möchte mal ein ganz großer Zauberer werden, was ich an und für sich nicht für Möglichkeiten habe. Ich habe schon in seiner Kindheit, hat er uns so dem Belachini vorgezeigt, so was möchte er mal werden. Und ich war nicht der Meinung, dass das so weit kommt. Darauf bin ich natürlich sehr stolz, als dass er seine Vorstellung realisiert hat. Also Sie haben das mehr so für ein Spleen gehalten? Ja, wie er jung war, war das für mich so, ja, Theaterspieler und so ein kleiner Zauberer. Aber Recht für mehr wird nicht draus werden, habe ich mir gedacht. Weil auch die Zeit nicht so war. Die ganze Zauberei, die ganze Varietés, das ist alles im Versinken gewesen. Ich war nicht der Meinung, dass man da noch was aufbauen könnte. Und er hat drauf gehofft und gedacht und gearbeitet. Und es ist das rausgekommen, was man heute sieht. Die Magie bot Siegfried die Möglichkeit, den unglücklichen Verhältnissen in seinem Elternhaus zu entrinnen. So nahm er jede Möglichkeit wahr, um aufzutreten. Wir haben auch bei seiner Schauspielerei mitgespielt. Ich kann mich noch erinnern, er hat uns so Essiggurken einmal umgehängt. Und da haben wir getrommelt mit zwei Holzknüppeln. Und einer hat vorne dran ein Schild getragen. Und da ist draufgestanden, heute Nachmittag bei Fischbacher Theater, Eintritt zweipfennig. Dies alles hat sich vor über 40 Jahren in Rosenheim abgespielt. Doch obwohl sich Siegfried mittlerweile mit der amerikanischen Denk- und Lebensweise identifiziert, ist er im Inneren ein Deutscher geblieben, ein Rosenheimer. Rosenheim, das ist immer noch mit mir. Es ist in der Bewegung, in der Sprache und in der Art, wie man denkt. So wie der Siegfried kann nur einer Rosenheimer denken. Die 30.000 Einwohnergemeinde Nordenheim liegt unmittelbar an der Wesermündung in die Nordsee. In der Industrie- und Seehafenstadt wurde Roy-Uwe Horn am 3. Oktober 1944 in der Connemannstraße 52 geboren. Seine Jugend war geprägt von zahlreichen Familienstreitigkeiten. Er flüchtete sich in Träumereien. Wie er heute betont, waren diese Fluchten ins Reich der Fantasie gesunde Abwehrmechanismen für ihn. Deshalb erfand er Geschichten, vergrub sich in Büchern und erkundete mit seinen Tieren die Natur. Das Ergebnis, Roy ging mit gemischten Gefühlen in diese Volksschule in Nordenham-Blexen und war ein schlechter Schüler. Der Roy war immer ein Einzelgänger, der sehr gerne für sich alleine gespielt hat, sich mit seinem Hund und seiner Katze beschäftigt hat und Zauberkunststücke schon als 10-, 12-Jähriger gemacht hat. Mitunter haben sie gesagt, ach, das ist ein kleiner Angeber oder so. Aber irgendwo hatte sich das ja nachher schon rumgesprochen, dass er mal dies machte, das machte. Er hatte einen Hund, glaube ich, und eine Katze und weiß ich was. Aber nachher hat es sich herausgestellt, dass es eben nicht Spinnerei war und so. Und dass sie ja wirklich was können, die beiden. Der Nordenhamer Roy wird es gerne hören. Denn wie Siegfried betont auch er immer wieder, dass er sich nie von seinen Wurzeln gelöst hat und sich immer noch seiner Heimat verbunden fühlt. Man kann um die ganze Welt gehen und man kann den Deutschen aus Deutschland rausnehmen, aber man kann das Deutsche nie aus seinem Herz nehmen. Es wird immer die Heimat bleiben und es wird immer ein Bestandteil von uns sein. So sind Siegfried und Roy mindestens jedes Jahr einmal in Deutschland anzutreffen. Hier in einem deutschen Safari-Park eröffnen sie beispielsweise die Anlage mit den Weißen Löwen von Timbawati, benannt nach einem Nationalpark in Südafrika. Sie erhalten als Geschenk vom Parkbesitzer zwei weiße Tiger, denn seit Jahren gibt es hervorragende Zuchterfolge mit weißen Tigern im Safari-Park. Siegfried und Roy setzen sich für die Arterhaltung der seltenen Tiere ein und haben in Las Vegas ein eigenes Zuchtprogramm zur Rettung der bedrohten Tiere ins Leben gerufen. Es ist eine Lebensaufgabe, die wir uns gestellt haben vor 18 Jahren, wo die weißen Tiger zu der Zeit waren in der freien Wildbahn ausgestorben. Es hat nur noch eine Handvoll gegeben. Und mittlerweile kann ich sagen, dass in 15 Jahren jetzt weltweit über 200 weiße Tiger existieren. Durch diese Zuchterfolge hat sich natürlich auch die afrikanische Regierung an uns gewendet, die das gleiche Problem mit dem Weißen Löwen haben. Und natürlich die Hoffnung, dass wir als Zauberer, als Illusionisten, die nicht nur Sachen verschwinden lassen, sondern auch Sachen wieder erscheinen lassen, uns für die weißen Löwen einsetzen. Und somit haben wir ein Zuchtprogramm für den Weißen Löwen in Afrika, in Las Vegas, also USA. Und jetzt natürlich hier auch eine Brücke nach Europa. Und das Naheliegendste war natürlich unsere Heimat Deutschland. Hier in Stubenbrock in Ostwestfalen übernehmen sie gleichzeitig die Patenschaft für Europas einziges arterhaltendes Zuchtprogramm für die bedrohten weißen Löwen. 14 Exemplare gibt es nur noch auf der ganzen Welt. Das Bad in der Menge ist für Siegfried und Roy mehr als nur eine Pflichtübung. Die Deutschen glauben an uns. Sie sind herzlich, sie assoziieren sich mit uns und sie glauben an uns. Und das macht uns auch stark. Das gibt uns die Kraft. Das ist ein schönes Gefühl. Leider zu kurz, aber wir müssen zurück nach Las Vegas. Das ist ein schönes Gefühl.